Und damit willkommen zurück. Jo, hallo. Das ist Sam 2. Da unten geht ab. Ich hab glaube ich keinen zweiten Titel. Äh, ja. Nee, das ist einfach nur Sam 2 halt, ne? Ja, glaube auch. Ernster Samuel 2. Kannst du mir da aufhören, mich zu erschießen? Ich geb mir Mühe. Es steht doch einfach nicht mehr wer wen erschossen hat. Das ist schlecht. Das ist schade, ja. Das hätte ich eigentlich auch gerne einen Überblick drüber. Die Granaten sind schon effektiv. Die Vogelgranaten oder die anderen? Die anderen Granaten sind schon auch effektiv. Die Vogelgranaten sind nochmal effektiver. Ja, die sind zehnmal effektiver. Oh, hinter dem Stein ist doch bestimmt irgendwas, oder? Ah! Nein. Das Spiel ist einfach ein einziges Secret für mich. Naja. Ich hab leider keinerlei Erinnerungen mehr daran, was, wo, wie, was. Oh. Moment, ich muss kurz mal vorhin ein bisschen weiter runter. Ja, mach das mal. Der Katzen versenzt gerade den Karton. Ja, ich mach den Katzen gerne. Oh. Oh. Der ist nicht instanziert, schade. Oh. Oh, ja. Hier ist ein Trasor. Kannst du den auch machen? Oh. Stirb. Okay. Gut. March. Ähm, ein Trasor hast du gesagt, ist da irgendwo. Au. Rechts an der Wand. Ich hab einen Baum herniedergeschossen. Also hier, wo ich gerade bin. Da werde ich gleich mal gucken. Jetzt... Aua. Krall ich mir den... F to use. Secret frozen penguin has been found. Okay, es war offensichtlich kein Trasor, sondern ein Kühlschrank. Jo. Das war's in der Tat. Da hast du recht. Junge, gehst du aber drauf? Antwort von ihm? Nein. Ja, das Ding hat gleich keine AP mehr, leider. Oh Gott. Ich wünsche ein H vielleicht. Uh, da ist Leben. Aua. Hui. Ich schätze mal, ich mach dir Schaden, wenn ich über dich drüber fahre. Ich gehe davon aus, dass du mich instant killst, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ich bin schon zweimal über dich drüber gefahren. Oh. Dann machst du mir Schaden, glaube ich. Oh Gott. Das war aber... Das war ja nice. Kann ich. Pum. Oh. Au. 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 41, danke Kirschi. Bitte. Hupsi-Daisi. Welcher Simba? Der da unten. Der klingt ein bisschen Roboter-ähnlich. Hier, wo bist denn du? Ah, da hinten ist Leben. Das nehme ich auch noch mit. Wo bist du denn? Hinter dir. Ach so, so weit weg. C-fix. Klodowik plus eins. Health full. Und hier ist ein Simba. Ja, da klingt er aber ein bisschen elektrisch, würde ich jetzt mal sagen. Ich sehe ihn nicht. Sag mal. Da unten, ach da. Ja, der ist echt. Hier ist keiner zu spawnen bei mir, by the way. Oh. Sag mal, was hast du denn für eine Spawn-Distanz? Ja, der ist echt. Ja, doch, stimmt. Oh. Habe ich erwartet. Oh. Ich höre da jemanden. Ja. Da sind sie wieder. Und diesmal mit einer Bombe als Kopf. Ja, die halten den Bomben als Hände. Ah, da kommt ein echter Simba, um uns zu helfen. Aua. Gut, dass die kleinen Pisten zehnmal so lange brauchen, um zu unterschneiden wie die großen. Ja. Aua. Nicht so weit vorgehen. Ihr sterbt. Wo kommst du denn her? Au. Hier kommen auf einmal auch diese anderen. Ja, die kommen alle von da hinten raus. Hinten raus? Ja. Hinten rein finde ich aber auch ganz gut. Ja. Kann ich zustimmen. Ist immer eine gute Option. Außenweg. Außenweg. Ja, weißt du was der Motto, wo raus auch rein? Loch ist Loch. Und Löcher sind verwendbar. Das ist einfach objektiv so. Hey. Katze. Was should be on the other side, hat das ich gesagt? Ja. Okay. Au. Pum. Okay. Der ist auch hinüber. Hm? Also es dauerte ich einfach zu überleben auf jetzt. Äh, auf jeden Fall als das andere Spiel? Ja. Was ich an beiden teile. In der Tat. Oh. Hm. Hm. Armer. Sexy, sexy. Ich hätte nur langsam gerne mal eine vernünftige Waffe. Siebenny. Ja, wir haben doch vernünftige Waffen. Die klatschen doch schon jetzt ziemlich gut. Ja. Oh ja, danke. Schottgang schmutz. Oh oh. Ah ja, die gab's auch. Ja, da war was. Hallo, da ist noch eins für dich. Hier dead lol. Hier dead lol. Get rekt. Also bisher ist es übrigens relativ ähnlich viel Gegner-Spam wie in den anderen Teilen, nur viel viel angenehmer und managebarer. Und das ist mehr Story im Multiplayer. Und gespräch? Ja, stimmt. Gab's ja in den anderen gar nicht. Da hat Sam ja nur super selten mal was gesagt. Ja. Da ist er jetzt auf jeden Fall gesprächiger und auch sie ist gesprächiger. Aber waren halt noch ein gutes Stück älter, ne? Ja. Zugegebenermaßen. Also sie waren nicht älter, aber älter. Okay. Ja, ja, okay, ja. Sie sind noch ja. Da oben ist ein Schiff. Ja, ich schieße schon drauf, aber die Hälfte meiner Schiffe fliegt gar nicht, weil irgendwie... Okay, hab's. Aua. Weil gutes Spiel. Ja. Da kommen übrigens noch zwei Schiffe. Meine Güte. Müssen die so übertreiben. Oh, das geht noch. Ich find's deutlich angenehmer als in den anderen Teilen. Guck mal, wir haben massiven Gegner-Spam, aber wir haben unendlich Munition über die Fahrzeuge. Ja, das ist auch hier besser geregelt bei diesem Gegner-Spam. Ja. Äh, wahr. Dafür sind die Gegner auch ein bisschen schwerer, aber... Kann man mit um. Absolut direkt. Sind die Gegner schwerer? Oh Gott. Ja, da war was. Das hatte ich schon wieder verpeilt. Schäb hier. Ist. Also ich mein, wir sind viel schwerer, dass sie viel mehr Leben haben. Da ist übrigens noch eine. Oh. Ja. Ja klar, da kommt noch eine. War doch sonst. Da kommt noch eine und über mir. Alter. So, fick viele, fick Viecher. Ach, da ist ja noch... Da sind noch zwei. Au, 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 au. Nicht mich targeten. Target weiter, Fisch. Hallo. Okay, darfst mich targeten. Weiß nicht, ob die hier mehr Schaden kriegen, wenn man auf den Kopf schießt. Auch nicht. Der Robert ist gut. Herrgott. C fix. Halleluja. Schöne den Ass erstmal. Also, Ass zieht. Oh. Finde es gut, dass die auch mehrere Augen haben. Ich habe es gar nicht so genau angeguckt. Ich habe noch 57. Oh Gott. Hehehe. Oh. Zombie ist... Dockbroker. Ja. Oh, da gibt es gute Munition rechts. Au. Ich habe schon Schaden herkriegt aus. Wie? Armour. Oh, leben. Armoury. Stimmt, man konnte ja alles zersägen. See me, Armour. Au, au, das ist gute Munition. Jo. Oh. Ich dachte, ich hätte es links gesagt. Oh Gott, rip. Da war es. Yep. Oh, wenn wir die retten, haben die was für uns vielleicht. Das... Ja. Ich... Deswegen bin ich hier schnell noch rumzuballern hier. Zack. Das nehme ich auch alles mit. Ja. Grüezi wo. Die Serious Sam. Bestes Zitat. Sag das von mir auch noch? Nein, leider nicht. Was hat er gesagt? Double a gun. Double a fan. Au ja. Das. Au ja. Das ist Qualität. Da denke ich immer dran, wenn ich irgendwas, äh... Akimbo. Akimbo spiele, genau. Ich kann gar nicht auf den Namen. Immer wenn ich Akimbo irgendwas spiele, bubble the gun, bubble the fan. Da denke ich aber auch öfter mal dran. Beziehungsweise jetzt inzwischen weniger, aber gerade früher sehr häufig. Ist do, des lockt. Noch. Junge, wie viele von diesen Viechern spawnen denn? Unendlich viel, keine Ahnung. Ich glaube, es gibt keinen unendlichen Gegnerst bei mir im Spiel. Hm. Kann natürlich sein. Ich bin nicht mehr. Hm? Ich glaube es. Hallo, kann ich bitte vernünftig laufen? Oh wow. Ich habe nur noch 10 AB. Ich habe auch nur noch 30. Ich bin durch. Oh, chilligum, Simba. Ich habe irgendwas serious gehabt. Hm. Kommt doch vielleicht etwas Ergebnis bei mir? Ah, da vorne ist eine Treasure Chest. Wupp. Ah, jetzt gibt es mehr. Pfff. Was war das? Serious Money oder sowas? Keine Ahnung. Irgendwas hat sie gesagt. Ich habe es nicht verstanden, weil ich dazwischen gelabert habe. Dummen. 60 Sekunden auf jeden Fall. Gibt es das. Ja. Hast du auch? Ich hatte es und bin instant gestorben. Oh. Treasure aufheben. Das sieht verdächtig aus. Kann man das aktivieren? Nein. Äh, ich habe übrigens keine Shotgun-Munition mehr. Äh, hier drüben gibt es welche. Ich komischo, ich komischo. Ja, die Türen gehen immer wieder auf. Oh, was bist du? Hm. Ah, es kommt so ein Teleport-Ding, wenn du zu weit weg bist. Oh. Ah, wie in den ersten Teilen. Oh, hi. Nee, in den ersten Teilen bin ich einfach 20.000 Jahre lang nachgelaufen. Ja, okay. Aber bei Türen kamen auch damals schon Shotgun. Äh, Shotgun, was? Äh, Dinge ins Halt. Portale. Ja, manchmal. Ja, meistens. Wenn man sonst da nicht hinkam mehr. Die muss man übrigens auch noch zerschießen, wenn sie schon am Boden liegen. Wem? Die, äh, Zombies. Ah. Junge, ich komme hier nicht runter, ey. Ah, ist das am Buggen, ey. Was ein Bugfest. Tatsache. Die muss man wirklich zerschießen. Die regenerieren ihr Leben. Ja, ja. Ansonsten. Die müssen zerplatzen, sonst regenerieren sie, die Bastarde. Alter, so viele von den Fickdingern, ne? Ja, aber immer noch angenehmer als Niemann. Ja. Ja, ja, ganz klar. Hier geht's weiter, sobald wir die Dinger, glaube ich, haben. Und du hast Lockgen. Aua. Au. Ja, die Double Shotgun One, die aber trotzdem. Nice. Ja, gut, aber Uzi ist auch ziemlich gut da. Ich wurde gerade geportet anscheinend. Ja, weil du in so ein Porta dann reingelaufen bist direkt. Hm. Au. Äh, stell's mal hier hin. Ah. Ja. Essen liefert. Äh, ja, oben. Warte, machst du nicht gerade schon gegessen? Ja, ein Happen. Ja, ein bisschen. Hm. Was für einen hohen Zahn habe ich gegessen? Ja, aber ein paar Schnittchen gegessen. Ich habe noch ein bisschen Fleisch geklecht. Nicht neulich gegrillt. Ist ja sonst nicht so häufig Fleisch. Ah, ja, gut, da eignet sich das natürlich, wenn man da schon gegrillt hat. Ja, grillen jetzt halt. Also ich muss ehrlich sagen, okay, überhaupt kein Problem damit. Vegetarisch oder vegan zu leben. Außer beim Grillen, weil Grillen ist halt... Ja, das Grillen-Zirpen, das verstehe ich schon. Ja, Grillen-Zirpen ist schon eins der angenehmsten Geräusche. Alter. Junge, diese Kackhunde, ey. Ja, die nerven so fucking... Mindestens genau, wenn ich mich kliiert, muss ich sagen. Ich hätte es jetzt auf einem Level gesehen mit den Fröschen. Aus den ersten Teilen. Nee, Fröschen hat ein bisschen Schaden gemacht. Ach so, ja, gut. Die machen ja echt noch Damage, ey. Ohne auf den Simba, dass ich's calling muss. Geh noch nicht hoch, geh noch nicht hoch, geh noch nicht hoch. Erste Erkunden. Geht's da nicht regulär weiter? Oh, wie weit lang ist... Was ist da? Bei dem Simba geht's weiter. Hier ist zu. Aber hier liegt noch ein Treasure. Und da oben liegt noch ein Treasure. Ah ja, tatsächlich. Cash. Cash. Auf der anderen Seite wahrscheinlich auch natürlich. Mhm, da geh ich mal hin. Ich komm die Treppe nicht hoch, alter. Ja, ich hab dich auf Twitchen gesehen, das war sehr cool. Wir haben noch keinen, äh, keine Antwort. Hallo. Hallo. Lauf, lauf, lauf. Oh ja, Hanfverlust. Oh, Sniper, oh. Oh, Baby, das klingt auch gut. Oh, Baby, it's a Triple. Oh, Babay. Schnipperer. Oh. Junge, du hast aber ne Knarre. Der hat eine, ja. Das nix dann, Junge. Der hat ne ordentliche Kanone. Aber nicht viel Leben. Aua. Die Wichser sind auf jeden Fall wieder da. Es sind da schon wieder diese fucking, äh, Hunde, ey. Ja, die Stiere sind wieder da. Weißt du, ob es in diesem Spiel Achievements gibt, so richtig? Au. Oh Gott, ich pack durch die Wand durch. So fucking nervig. Wir konnten die Kommentare noch nicht lesen. Also wenn irgendjemand von euch, äh, einen Lösungsvorschlag geschrieben hat, besten Dank. Wenn nicht, alles Hurensinne. Was, wie, was? Wir nehmen so einen Vorschlag für was? Äh, für die Legs. Aua. Achso. Savings. Boah, jetzt hab ich lecker. Ich bin das Essen neben mir stehen, das ist auch mies. Und muss aufpassen, dass die Katzen nicht rangehen. Ja, das ist natürlich ein Problem, ne? Ich weiß nicht, wenn man Katzen hat, immer wenn man Essen auf dem Tisch stehen hat, sind sie geil drauf. Ja, natürlich. Also, ich auch. Wenn die Essen kriegen, bin ich auch geil drauf. Ich will mal ein bisschen zielen. Achtung. Entschuldigung. Achtung. Ja, war irgendwie ein bisschen spät vielleicht. Oh, Gott. Ja. Zeck, 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 zeck. Zecke? Ja. Die sind auch Bugs, da hast du recht. Zecken sind keine Käfer. Nicht? An Zecken sind Spinnentiere. Oh. Oh, so sind die Huren-Söhne. Ja. Zecken halt, ne? Au. Jetzt machst du mich mal gekillt. Ja. Weil es halt Dax ist so, Alter. Oh, hey. Treasure. Ich finde die APs übrigens richtig, richtig cool. Ja. Ich auch. Äh. Finde ich super angenehm. Stirb, Typ da oben. Stirb. Aua. Stattdessen kam ich der Aufforderung nach. Also man kann das Spiel auf jeden Fall deutlich besser spielen, ohne zu sterben. Ich meine, ich sterbe trotzdem gerade die ganze Zeit. Ja, ich auch, aber ich bin auch dumm. Ja, es hängt hier. Deutlich besser auf jeden Fall, ähm, die... Das ist die anderen Teile. Ja. Da haben sie es schon ein bisschen mehr rausgehabt, wie es geht. Anscheinend. Und die, die Encounter, die wir gespielt haben, waren halt nur, äh, Remastered, keine Remakes. Ja. Wo ist der Unterschied nochmal? Remake macht Sachen bessern, Remastered ist einfach neu aufgelegt, äh, für Systeme, für neuere Systeme optimiert. Aber im Endeffekt das gleiche Spiel. Ja, okay. Also ohne halt. Ey, ich weiß eh gar nicht, ob du das, äh, du müsstest das gesamte Konzept vom Spiel ändern wahrscheinlich, gar nicht, um das zu remake... Also das könntest du nicht wirklich remaken, glaube ich. Au. Ja, doch. Du könnt, äh, den Gegner Spam ein bisschen runterfahren, man könnte den Schaden ein bisschen erhöhen. Hm. Man könnte, wenn man wollte. Wäre für ein Remake, dass es auch funktioniert, hm. Nein, also ein Remake zu machen, ist deutlich aufwendiger als ein Remastered. Ja, ja, klar. Weil ein Remake, das im Prinzip ein Remastered mit Verbesserung ist. Ja, ja, aber ich meine halt, ich denke mir so, diese paar Verbesserungen, weiß nicht, ob die genug rausreißen. Ich bin schon wieder gestorben, ey. Ja, im Prinzip halt... Oh, hey, Leben. Hm. Gute Frage. Woher weiß sie das alles? Ja, sie ist einfach obermächtig. Weißt du die Lore eigentlich? Nein. Okay, lassen wir das erst mal. Ja, hier sind eine Menge Fickdinger. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt gerade an dem Spiel oder an Borderlands denke, aber... Kannst du mir ruhig auch mal erklären, dann? Hm? Borderlands kennst du die Lore, ne? Das Mädel, was mit einem redet, ist die Tochter von... Also Spoiler übrigens. Spoiler für Borderlands. Spoiler. Achtung, Spoiler. Das Mädel, was mit einem redet, also Lilith heißt sie, glaube ich. Ist die Tochter von Handsome Jack, meine ich. Und da redet einer mit einem in Borderlands? Ja, diese... Ich glaube, die heißt nicht Lilith. Ich glaube, Lilith ist einer, die man schmurren kann. Ich habe das nicht mehr im Kopf gehabt, dass da jemand... Im ersten Teil Lilith weiß ich nicht. Oh, ja, noch einer. Im zweiten Teil auf jeden Fall. Im ersten Teil haben wir das Blab, ne? Ja, Hammer. Im zweiten hat dann schon gepasst, so. Ja. Der zweite ist aber auch nicht mehr so gut. Hm? Serious Gore heißt das übrigens, was du auch gesammelt hast. Ah. Der zweite war auch... Also der zweite war schon noch gut. Der dritte wohl nicht mehr. Hm. Hattest du den zweiten nicht gemeint, dass der sehr viel besser ist als der erste oder so? Unterhaltsammer oder so? Ich glaube, ich fand den zweiten besser. Im zweiten hat mit Freddy alleine mal durchgespielt. Und dann wollten wir mit Dennis nochmal spielen. Und dann war Dennis aber nie der. Es gab übrigens Google-Gegner Spam, aber finde ich absolut in Ordnung. Ja, kann man überleben. Serious Damage! Ach, das Ding da schießt Dinge auf uns. Das kann man ja auch schaden machen, anscheinend. Kann man? Ja, das hat eine Lebensanzeige. Ja, ist mal ein bisschen mit Serious Damage ein paar Raketen rein, Herrmann. Aber ich glaube, man kriegt keinen Schaden. Hm. Ja, muss Schaden kriegen. Sie sind was, haben auch eine Lebensanzeige. Ja, gut, auch wieder. Aber die sind nicht feindlich. Das ist korrekt. Das Ding ist auch mal auch nicht feindlich. Ja, naja. Das schießt Gegner auf uns. Ja, aber es macht uns keinen Schaden. Na ja. Kann man was? Katzis sind gerade laut, sag ich, das tut mir leid. So, das stört mich ja nicht. Ich höre sie doch. Ja? Ja. Mau, mau. Kommt aus weg. Mau. Mau. Ich finde es süß. Vor allem, er hat nichts zu Maus mehr. Er hat einfach nur aufmerken können. Sag ihm, dass er seinen Puller lutschen soll. Äh, ja. Den Puller hat er ja auch noch. Ah. Nicht, dass du sein, sondern er deinen, aber. Geht auch. Ich sag ja, Puller hat er ja auch noch. Ja. Keine Eier mehr. Ja, aber wo ist da die Relevanz für das Lutschen deines Pullers, ist die Frage. Ach so, ja. Genau. Ich sag nur, wenn er Eier hat. Oh. Nice. Ich könnte sagen, das war so ein bisschen was. Ach ja, jetzt wo du es sagst. Ah, Pause. Moment, ich bin dran, oder? Kann ich Pause nochmal ausmachen? Okay. Jetzt kannst du Pause machen. Ja, jetzt sind ein paar zu viele gerade da. So. Jetzt kann man mal drüber reden. Diesmal bin wieder ich dran, oder? Ja. Tschüss du. Dann hoffe ich an der Stelle, euch hat der Bad gefallen. Oh, man sieht sich vielleicht wieder im nächsten Bad. Haut rein, Leute. Tschüss. Ciao. Ciao.